Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, sie sind für ein Tag Ja, heit ist Dienstag Heit ist Dinkeltag Wenn alle Tag, Montag, Noordag, Dienstag, Dinkeltag wäre War mal lustige Leid Oh, sie sind für ein Tag Ja, heit ist Mittwoch Heit ist Avocadodag Wenn alle Tag, Montag, Noordag, Dienstag, Dinkeltag, Mittwoch Avocadodag Wäre ein paar mal lustige Leid Oh, sie sind für ein Tag Oh, sie sind für ein Tag Heit ist Donnerstag Heit ist Donnerstag Ihr wisst's Heit ist Detox Wenn alle Tag, Montag, Noordag, Dienstag, Dinkeltag, Mittwoch Avocadodag Donnerstag, Detox wäre War mal lustige Leid Habt ihr eine Frage für mich? Oh, sie sind für ein Tag Oh, sie sind für ein Tag Fast wunderschön Heit ist fast Wochenend Es ist schon Freitag Na, Donnerstag war Detox Heit käme ein Gas Freitag ist Fleisch Tag aber noch vom Bio-Bahn Und ganz mag am besten ganz ohne Fett Wenn alle Tag, Montag, Noordag, Dienstag, Dinkeltag, Mittwoch Avocadodag Donnerstag, Mittwoch, Freitag, Freitag aber noch vom Bio-Bahn Und ganz mag am besten Wäre war mal lustige Leid Ist es vielleicht schon Wochenend? Ja, ich höre es schon kommen Oh, sie sind für ein Tag Fast geschafft, Burschen Heit ist nämlich Samstag Und Samstag Und Samstag ist Smoothie-Tag Wenn alle Tag, Montag, Noordag, Dienstag, Dinkeltag, Mittwoch Avocadodag, Donnerstag, Dittag, Freitag, Fleitag, Fleischstag aber nur vom Bio-Bahn Besten ganz mag am besten ganz ohne Fett Toll-Tags, Smoothag wäre War mal lustige Leid Matthäus Aleich nit Drкая roti Ihr seid für ein Tag, Hey Place Hallo, hier парame und familiarity Ein Freundeskreis Säat fürığımız Es heißt, that is all you can eat, wenn alle Tag, Montag, Noordag, Dienstag, Dinkeltag, Mittwoch, Avocadodag, Donnerstag, Dietags, Freitag, Fleischtag, aber nur vom Bio-Barten, um ganz morgen ein bisschen an Sonnefett, Samstag, Smoothie-Dog, Sonntag, all you can eat, wäre, war aber lustig. Danke schön, super mitgemacht. Ihr seid echt textsicher, muss man sagen. Das war schön, schöner als wir uns das je vorstellen. Ja, den Anspruch, den Applaus beanspruchen wir beide. Ich habe mich gefühlt wie ein Cevapcici mit Zwiebeln. Das ist ein paar Leute hier, die zu sehen, die Cevapcici.